ok weiter geht's wie kann man noch machbar aus 1700 1700 gut dass du sagst ich hab ja nicht drauf bitte haben sie nur 20 kanon das kann ja das kann unruhen wollte ihr fucking knopf sag ich nur meine lieben die teller war bitte von der mitte weg oben zu den öfen ja ja so und dann werde ich ja und mani muss mir aber sagen was besitzen da ist alles normal das ist immer gut wir müssen aber wir müssen sauber machen doch ich nehme gleich mal ja halte ich heraus gelig drückt mich ich hatte ich ja das fertig drückt mich hier spüren bringt raus ja ja ich gehe weggeschmissen ach schön ich dachte jetzt nicht auf die reihenfolge also drückt mich ist alles was okay das ist ja das ist einfach nur pizza es ist sehr einfach auf die reihenfolge zu achten äh tu nur zwischendurch raus wenn ich das gefühl habt ihr pfff okay ich will dein system nicht stören aber ich hab zwischendurch einfach einen leerlauf hier fühl ich mich so alles gut denn ich kann ruhig irgendwas unterstellen nimm das in die okay anscheinend bin ich da zu blöd für drücken danke aus dem wani danke hast schon perfekt das ist jetzt das leben ja richtig das leben drücken ja vier stellen sind wahrscheinlich 8000 oder so drücken drücken aber selbst kann mir eben auch schon passiert drücken drücken okay also ich hab den easy job hier auch ist jetzt auch nicht so als wäre meiner anstrengend drücken danke ja aber du bist darauf beschäftigt ich stehe ja teilweise nur rum ja du darfst mir gerne irgendwas runter stellen wenn du möchtest drücken ich werde das perfektionieren ich werde das perfektionieren mit dem käse hier ich werde der perfekte käsewerfer ich schaff das ich brauche noch ein bisschen übung ich werfe nicht so oft käse ha perfekt 1600 meine güte wir haben auch nur noch 20 sekunden drücken danke jetzt haben wir alles was wir brauchen ja jetzt haben wir es geschafft aber es war schon heftig ja also es ist jetzt nicht als hätten wir super viel zeit ne das stimmt auch übrig ich bin jetzt aber perfekt fertig als der abgelaufen ist ja schön ich will nicht wissen wie hier vier sterne sind ja ich dachte auch gerade so wie soll man das jetzt noch schneller machen gut wenn zwei schnibbeln wir sind dann 1720 ich hatte einen leerlauf ja 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 ja